Wie entscheidet man sich aus einer Vielzahl von tollen Gartenbüchern für die wirklichen Favoriten? Vor dieser Frage stehen wir von der Jury des Deutschen Gartenbuchpreises jedes Jahr. Doch wie finden wir überhaupt unsere Favoriten? Wir von der Jury des Deutschen Gartenbuchpreises stammen aus sehr unterschiedlichen Bereichen des Gartens und natürlich müssen wir kontrovers diskutieren, aber wir schaffen es immer wieder, uns auf unsere Favoriten zu einigen. Für diese außergewöhnlichen Leistungen verleihen wir den Autorinnen und Autoren jedes Jahr den Deutschen Gartenbuchpreis.